Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An diesem Windumtostenhaus startet die zweite Etappe meiner Reise entlang der früheren Seidenstrasse. Eine Reise zu den Spuren ihrer Geschichte und zu den Menschen, die hier in der Abgeschiedenheit der Berge leben. Letzten Winter kamen wir bis hierher, auf die afghanische Seite des Wachan-Korridors. Das schmale Tal grenzt an Tatschikistan, China und Pakistan. Leider haben uns die pakistanischen Behörden nicht erlaubt, die Grenze zu überqueren. Mein Weg führt mich weiter nach Osten, entlang des Tian Shan-Hochgebirges, den himmlischen Bergen. Hier entsteht inmitten des Gebirges eine Art neue Seidenstraße. Denn die Chinesen suchen mit aller Macht einen Landweg zum Persischen Golf. Der Geruch von Kamelen, Schafen und Pferden liegt schwer in der Luft, als ich auf dem Markt in Kaschgar meinen Freund Alexej Shustrov treffe. Alexej ist ein russischer Alpinist, der seit Sowjetzeiten regelmäßig hier in den himmlischen Bergen zu Besuch ist. Ich habe bereits einige Abenteuer mit ihm erlebt. Bevor wir uns erneut gemeinsam auf den Weg machen, tauchen wir ein in die Genüsse und das Chaos dieses historischen Handelszentrums von Zentralasien. Während des Essens überlegen wir, ob es tatsächlich Marco Polo war, der die Nudeln in Italien einführte, nachdem er, wie wir jetzt auch, an so einem Tisch gesessen hatte. Wir befahren die nördlichste Route der Seidenstraße. Jahrhundertelang zogen hier die Karawanen über den Turugat-Pass nach Kirgizistan. Ein einsamer Grenzposten zwischen China, dem großen kommunistischen Staat, der sich zu einer Konsumgesellschaft wandelt, und einer ehemaligen Republik eines kommunistischen Staates, der nicht mehr existiert, die Sowjetunion. Einst reisten die Händler hin und her zwischen Asiens Osten und dem Westen, also zwischen China und Kirgizistan. Im Winter lebt hier keine Menschenseele. Unsere erste Station ist die abgelegene Karawanserei Taschrabat. Bist du schon mal hier gewesen? Ich habe die ganze Tian Shan-Kette durchquert, aber hier bin ich zum ersten Mal. Riesig, beeindruckend. Hast du eine Ahnung, wann sie gebaut wurde? Einer Quelle zufolge im 15. Jahrhundert. Sie wurde für die Seidenstraße gebaut. Sie haben hier Rast gemacht, bevor sie nach Kashgar weiterzogen? Genau. Ganz schön viele Räume. Die sind für die Tiere. Ist das riesig. Die Räume sind alle miteinander verbunden. Von außen atmen gar nicht, wie gross das hier ist. Die andere Seite sieht genauso aus. Der Bau ist ganz symmetrisch. Eine ähnliche Karawanserei haben wir im Iran besucht. Sie hatte genau solche Nischen wie diese. Die gleiche Architektur, tausende Kilometer von hier entfernt. Ich glaube, dass wochenlang niemand hierher kommen wird. In eisiger Kälte durchqueren wir diese endlosen Weiten unter dem wachsamen Blick von Mutter Natur. Selbst der Winter kann den ewigen Kreislauf von Leben und Tod nicht aufhalten. Was ist das, was ist das, was ist das? Was für ein schöner Adler. Wie heisst er? Tomara. Die Jagd mit Adlern ist eine alte kirgisische Tradition. Eine Tradition? Ja, eine Tradition. Mit acht Jahren habe ich angefangen, Falken abzurichten. Jeden Tag verbringe ich mindestens zwei Stunden mit meinen Vögeln. Es ist mir wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe Zeit, um ihn zu verbringen, um zu verbringen, um zu verbringen. Geh! 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 Ein guter Jäger darf nicht besitzergreifend sein. Und dem Adler niemals seinen Gemütszustand zeigen. Geh! 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 Normalerweise behält man Steinadler 20 Jahre lang. Danach lässt man sie frei. Geh! Das ist so, als ob deine Tochter mit 20 Jahren heiratet und das Haus verlässt. Geh! 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 In der Sowjetzeit musste man für den Staat arbeiten. Vögel für die Jagd abzurichten, war damals nicht gern gesehen. Heute darf man jede Arbeit machen, die man will. Auch Adler abrichten. Wir verlassen Talgar mit seinen Raubvögeln und kehren dem See Isik-Kulch den Rücken. Ich wende mich wieder nach Osten, in Richtung China und der Grenze zur Mongolei. Ziel meiner Reise ist es, diese abgelegenen Welten kennenzulernen und zu verstehen, um dann ihre Geschichten erzählen zu können. Hier in der winterlichen Eiseskälte und inmitten unberührter Natur zeigt sich der Mensch als das, was er ist. Und nachdem ich Kilometer für Kilometer Hochplateaus und sturmgepeitschte Gipfel überwunden habe, bekomme ich einmal mehr die Bestätigung, dass die Geldgier derer, die die Wirtschaft beherrschen, keine Grenzen kennt. Mit der Goldmine Kumthor hat die Gier der Menschen eine klaffende Wunde in die Natur gerissen. Und wo das Gold spricht, versagt die Stimme. Sprachlos betrachte ich diese tiefen Krater. Kumthor ist eine der höchstgelegenen Goldminen der Welt. Das Basislager liegt auf 3672 Meter. Die Grube, zu der wir nun fahren, befindet sich auf etwa 4000 Meter. Ungefähr 2700 Menschen sind hier beschäftigt. Die tägliche Produktion dieser Grube beträgt ungefähr 600.000 Tonnen Erz. Pro Tonne gewinnen wir ungefähr 5 bis 10 Gramm. Aus jeder Tonne Erz extrahieren wir also etwa 5 bis 10 Gramm Gold. Das Erz kommt in die Mühle, in der es mit besonderen Verfahren verarbeitet wird, um das Gold zu extrahieren. Jeden Tag wird tonnenweise Eis aus dem Berg gesprengt. Aber der Berg lässt sich offenbar nicht so leicht bezwingen. Er droht, diesen gigantischen Tagebau unter seinem Eis zu begraben. Dies ist die Gletscherzunge des mittleren Gletschers. Sie rückt vor in Richtung der zentralen Grube des Bergwerks und verursacht viele technische Probleme. Deshalb müssen wir viel Kraft aufwenden, um sie aufzuhalten und den Gletscher zu stabilisieren. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Petrov-Gletscher. Denn von hier wird das Wasser für das Dorf der Bergarbeiter und für die Bearbeitung der Abfälle aus der Goldgewinnung gepumpt. Dort ist die Kläranlage für das Abwasser, das bei der Goldwäsche anfällt. Das Wasser kommt hier an. Das schmutzige Wasser wird in das erste Becken gepumpt, wo ihm Chemikalien zugesetzt werden, um es zu säubern. Dabei muss das Wasser von Natrium, Cyanid und Schwermetallen gereinigt werden. Versteht ihr? Nach der Goldgewinnung landen die Schwermetalle und das Cyanid in diesem Becken. Unsere Arbeit besteht darin, diese flüssigen Abfälle zu behandeln. Die festen Abfälle bleiben auf dem Grund des Beckens liegen. Vielleicht kenne ich mich mit Natrium, Cyanid und Schwermetallen nicht gut aus. Alexey dafür umso besser. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion gehörte er der Akademie der Wissenschaften an. Er hat einen Doktortitel in Chemie. Diese offene Wunde in den himmlischen Bergen lassen wir hinter uns. Ein jeder mag denken, was er will. Aber ich kann nicht so ohne weiteres darüber hinwegsehen, dass erst vor kurzem ein Lastwagen in einem Dorf umkippte und so fast zwei Tonnen Natrium-Cyanid in den Fluss gelangt sind. Seit nunmehr zehn Jahren diskutiere ich mit Alexey über die Zukunft der ehemaligen Sowjetrepubliken. Auf diese Weise habe ich nicht zuletzt dank unserer Freundschaft eine unendlich komplexe Welt entdeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schritt für Schritt verlieren wir uns in den Farben des Nichts. Wir folgen einem Gerücht, das wir unterwegs gehört haben. An der Grenze zwischen Kirgizistan und China soll sich eines der bestgehüteten Geheimnisse der sowjetischen Ära befinden. Einer der geheimen Orte des Alten Reichs. Ein Ort, über den man nicht sprechen, ja dessen Namen man nicht einmal aussprechen durfte. Einer die Baumwärtig sagen. Einer das Element Einer der link nah Foit Einer der Hannd Einer der Wind Einer der third Sag Ihnen, Sie sollen die Kamera nicht auf das Schweißgerät richten. Ist gut. Warum trägst du keine Brille? Warum nicht? Ich mache die Augen zu. Ich bin Arzt. Ich war leitender Arzt im Krankenhaus. Hier, in der Stadt? Ja. Hier gab es ein Krankenhaus. Mit 25 Mitarbeitern, davon 6 Ärzten. Ich war leitender Arzt. Jetzt bin ich Abgeordneter im hiesigen Gemeinderat, dem Parlament. So ist das. Früher ging man ins Theater, um sich ein Stück anzusehen. Aber heute? Warum sollte ich da hingehen? Um mehr nackte Frauen anzusehen? Und Homosexuelle? Seit dem Ende der Sowjetunion gibt es keine guten Filme mehr. Jetzt sieht man nur noch Menschen, die andere vergewaltigen und sich gegenseitig umbringen. Das ist noch nicht fertig. Aber ich will mal sehen, ob es funktioniert. Ich muss es noch verbessern. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wurde unter größter Geheimhaltung eine Gruppe Geologen in diese Berge an der Grenze zu China entsandt, um hier nach seltenen Erden und strategisch wichtigen Erzen wie Uran zu suchen. Erst gab es hier nur ein paar kleine Hütten. Doch innerhalb weniger Jahre wurde es zu einer richtigen Stadt, mit über 7000 Einwohnern. Was dann kam, ist bekannt. Kirgizistan wurde unabhängig. Die reinste Geisterstadt. Ja, beeindruckend. Aber weisst du, diese Stadt war am Anfang eine kleine Pioniersiedlung. Sie wurde 1968 gegründet und für die Geologen gebaut, für die Arbeiter, die hier in diesen Bergen nach Erzen suchten. Sie haben kein fliessendes Wasser? Nein, sie holen Wasser aus dem Fluss. Aber sie sagen, dass es früher in allen Häusern fliessendes Wasser gab. Alles ausgeplündert. Das Holz. Die Elektrokabel. Die Kabel, die Rohre. Die Fenster. Alles. Alles, was sie tragen konnten. Wo, bei den gelben Felsen? Nein, beim ersten Felsen. Guten Tag. Was gibt's? Seine Yaks. Wo denn? Jetzt kann ich sie sehen. Hier, wenn du willst. Da, an dem Abhang. Da oben. Am Anfang habe ich jede Arbeit angenommen. Dann habe ich als Sprengstoffexperte gearbeitet. Mein Leben lang, bis zur Rente. Als die Sowjetunion zusammenbrach, war das eine Katastrophe. Zwei, drei Jahre lang ging es uns schlecht. Dann haben wir ein paar Tiere gekauft. Und wir haben unsere alte Stadt verlassen. Heute haben wir zwei Jahre lang. Heute haben wir 200 Yaks. Außerdem 50 Pferde, 200 Schafe und 20 Kühe. Noch waren wir. Ich habe die Arbeit. Das wird uns sehr gut. Ich habe ihn. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR sind alle fortgezogen. 1997 gab es nur noch die Grundschule bis zum vierten Schuljahr. In diesem Jahr haben wir 16 Schüler. Ich weiss nicht, was die Zukunft bringen wird. Seit diesem Jahr bin ich 25 Jahre an dieser Schule. Am Anfang war ich jung, jetzt bin ich alt. Hier arbeiten die Frauen und die Männer sind arbeitslos. Ein Rollentausch. Ja, das hat sich verändert. Die Frauen arbeiten, weil sie ein Diplom haben. Die Männer bleiben zu Hause bei den Kindern. Was war deine Arbeit? Bohrarbeiter. Ich erinnere mich gut. Das alte Russland. Von 79 bis 93. Ja. Das war eine schöne Zeit. Wie viel Rente bekommst du? 700. 700 oder 7000? 700.000. Nein, du musst dich irren. Wie? 7000. Ja, 7000. Ich lasse Alexej mit seiner Rechnung allein. Die zum Teil über 7000 Meter hohen himmlischen Berge sind im Winter quasi unpassierbar. Aus dem Alter bin ich wirklich raus. Weiter im Osten erwarten mich andere Berge. Zwischen den Gipfeln im chinesischen Teil des Altai-Gebirges verzweigt sich die alte Seidenstrasse und es wird schwieriger, ihren Spuren zu folgen. Ich spüre, dass ich mich Grenzen nähere, an denen Begriffe wie Islam, Schamanismus und Buddhismus, Kommunismus und Moderne aufeinanderstoßen. Große Worte. Wir sind die einfachen Dinge lieber, wie die Spuren im Schnee. Unser Dorf liegt in den Bergen. Wir gehen oft hier entlang und kommen an diesen Felszeichnungen vorbei. Ich habe diese Zeichnungen 2006 bemerkt, mitten im August. Sie unterscheiden sich von den anderen, denn sie stellen Menschen mit Schiern an den Füßen dar. Ich fand das sehr interessant. Als das Altai-Gebirge zum Mutterland des Skis erklärt wurde, habe ich mich sehr gefreut. Denn wir sind die Nachkommen derjenigen, die als erste auf der Erde Skier erfunden und verwendet haben. Darauf bin ich sehr stolz. Ich habe mich sehr stolz. Das Geheimnis guter Shia ist das Holz und die Qualität des Fels. Wir kommen auf Shian zur Welt. Wir brauchen sie, um uns im Winter fortzubewegen. Es wäre besser, Grünes statt trockenes Holz zu nehmen. Es wird gebogen, danach lässt man es trocknen. Seit 17 Jahren stelle ich Shia her. Als Kind brachte mir ein Zimmermann bei, wie man sie anfertigt. Wir haben alles von unseren Großeltern gelernt und führen das Handwerk auf die gleiche Art fort. Manche Orte sind mit Pferd und Schlitten überhaupt nicht zu erreichen. An manche Orte kommt man einfach nur auf Shian. In diesen Bergen sind wir aufgewachsen. Wir haben von unseren Vorfahren gelernt, das Wetter vorherzusagen. Wir wissen im Voraus, wann sich das Wetter ändern wird. So können wir alles, was wir in den Bergen vorhaben, an die Wetterverhältnisse anpassen. Voll Neugier folge ich den Spuren jener Skiläufer aus längst vergangenen Zeiten. Meine Sympathie zu Kunday und Orkel, meine neuen Reisegefährten, überwindet alle Grenzen zwischen uns. Auch die sprachlichen. Und jetzt? Fahren wir hier runter. Hier? Karakol liegt dort? Nein? Wir fahren dort runter und gehen da wieder hoch. Und dann kommt Karakol? Vier Stunden? In den kalten und langen Wintern bewegen sich Kunday, Orkel und die Bewohner der wenigen verstreuten Dörfer hier auf ihren Holzschiern von einem Tal zum anderen und überqueren dabei die unter dem Schnee begrabenen Grenzen zwischen Russland, Kasachstan und der Mongolei. Irgendwo vor unseren Augen oder unter unseren Füßen verlaufen diese unsichtbaren Grenzlinien. Musik Unser Ziel ist das Dorf Hom, wo Kunday wohnt. Im Winter bleibt dieses Dorf nach starkem Schneefall mitunter wochenlang von der Welt abgeschnitten. Musik Musik Kundays Haus ist beheizt, hat fließendes Wasser und Elektrizität. Es hat sogar WLAN. Das stellt der chinesische Staat flächendeckend bereit. Musik Das mongolische Wort Tai bedeutet Gold. Al-Tai bedeutet also Goldene Berge. Überall finden sich Hinweise auf die Modernisierung Chinas. Auch wenn ich um mich herum vor allem Kühe, Pferde und Heu sehe. Was sich hingegen nicht verändert hat, ist die jahrhundertealte Tradition des Skilaufens. Auf den Hügeln sind die Männer außer Rand und Band. Sie trainieren für Wettbewerbe, die die Dörfer hier während des langen Winters organisieren. In einigen Tagen findet in Al-Tai-City, der Hauptstadt der Region, das wichtigste Rennen der Saison statt. Alle Dörfer nehmen daran teil. Und dank Kunday und Orkel schafft das Dorf Hom es immer wieder unter die Bestplatzierten. Musik 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 Simkan, komm her! Ich nehme diesen Riemen von meinem kaputten Ski, um damit einen anderen Ski zu reparieren. Wenn man nicht so hoch springt, gehen die Skier nicht kaputt. Ein paar Skier hält vier bis fünf Jahre. Dieses Fell stammt vom Bein eines Pferdes. Das Fell vom Bauch und den Beinen ist das Beste, um die Lauffläche der Skier zu beziehen. Morgen früh brechen wir zum Rennen auf. Es ist viel besser, wenn man Skier mit neuem Fell hat. Diese Art Skier sind am besten, um beim Rennen einen guten Platz zu belegen. Wenn man es gut geht, dann wird es gut geht. Musik 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 Die Stärke der Gruppe ist das Ergebnis von Training und gegenseitiger Solidarität. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Beistand der Götter hilft ihnen auf der langen Reise nach Altai City, dem Ort, wo sich der Mensch zum ersten Mal schier an die Füße geschnallt hat. Die Felszeichnungen sind der erste Beleg für eine ethnische Minderheit in unserer Region Altai. Sie waren ein Mittel, um ihre Lebensweise darzustellen. Da gibt es noch mehr Felszeichnungen. Sehen wir sie uns an. So viele. Diese Felszeichnungen stellen vor allem Tiere dar. Verschiedene Tierachten. Das sind Hühner, Enten, andere Tiere. Die erkenne ich nicht. Ein Skirennen und ein verschneiter Berg bilden, fast ohne dass ich es gemerkt habe, den Schlusspunkt meiner Reise. Ich bin verwirrt. Ich bin auf der Seidenstraße aufgebrochen und auf einer Skipiste gelandet. Ich bin auf der Seidenstraße auf der Seidenstraße auf der Seidenstraße auf der Seidenstraße. Sich derart verlieren zu dürfen, empfinde ich als Privileg. Sich zu verlieren, um überrascht zu entdecken, dass der Mensch schon vor Jahrtausenden mit den Füßen fest auf Skiern stand und seine Spuren in der Geschichte hinterließ. Diese Felszeichnungen wurden 2004 von Bewohnern dieser Region entdeckt. Ein Experte hat bestätigt, dass sie über 10'000 Jahre alt sind. Im Unterschied zu denen, die wir vorhin gesehen haben, sind diese hier farbig. Sehen Sie, unten sind einige Tiere dargestellt. Hirsche, Kühe, Pferde und andere Tiere. Sie wurden mit Hirschblut und bestimmten Pflanzen gemalt. Es sind farbige Felszeichnungen. Ganz oben ist ein Piktogramm. Leute mit Skiern. Sie bewegen sich auf Skiern fort. Dies sind die ältesten Darstellungen von Skiern. Experten haben nachgewiesen, dass sie vor über 10'000 Jahren gemalt wurden. Und die Leute mit sich nicht weiterentwickelt. Ich bin die Ältesten von Skiern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020